Wenn du in dieses Video reingegangen bist, dann scheint dir das Thema Respekt sehr, sehr wichtig zu sein. Wenn du sogar noch Führungskraft bist, dann finde ich es ganz besonders klasse, dass du jetzt hier dabei bist. Denn es geht um Rhetorik, Kommunikation, wie wir besser miteinander reden. Es geht um Respekt im Alltag und wie du als Führungskraft einfach respektvoll mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen kannst. Respekt ist ein Wort, das gibt es immer wieder und du wirst voll geballert mit dem Thema Respekt. Du kriegst immer wieder was und wir wollen respektvoll sein, wir wollen Respekt geben. Also es ist ein Wort, was schon fast inflationär genutzt wird. Und jetzt willst du respektvoll umgehen, dann lass uns doch mal drei Punkte angucken, wie du respektvoll reden kannst. Und wir werden sehr einfache Punkte nehmen, denn es ist einfach einfach. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von Genial Reden. Ich habe es schon gesagt, wir kümmern uns hier um Rhetorik, Kommunikation, wie wir besser miteinander reden. Wenn wir an die Rhetorik im Alltag denken, an den Respekt im Alltag denken, dann lass uns doch mal überlegen, Respekt heißt doch nichts anderes als ich sehe dich. Und dem anderen Ansehen verleihen ist das, was wir mit Respekt machen können. Respekt in der Führung bedeutet, schau deine Mitarbeiterin, deine Mitarbeiter an. Sieh genau hin, was erkennst du? Wie gehen die Personen durch den Raum, durch die Hallen, über den Platz, was auch immer? Sieh genau hin und du wirst Respekt geben. Wenn du die Person anschaust und sie schaut vielleicht zurück, wirst du jedoch fort ein Feedback haben. Du wirst ein Feedback bekommen, wo du sagst, ah ja, okay, oh. Du hast sofort Gesichtsausdrücke, du hast körperliche Reaktionen, also jetzt bitte extern, ja, nicht jetzt irgendwie Hautausschlag oder sowas, also das ist wichtig, ja. Aber du hast sofort körperliche Reaktionen, du siehst doch, was andere Menschen denken. Ein Stück weit kannst du es erkennen, aber dafür musst du die Person ansehen. Erster Tipp ist, schau genau hin. Zweitens, wenn du jemanden respektvoll behandeln willst, lass die andere Person ausreden. Wir hören oft nicht genug zu, sondern wir wissen schon die Antwort, ach da kommt das und das. Nein, lass andere Menschen ausreden. Andere Menschen wollen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Wir alle wollen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Aber dafür bedarf es, dass du sagst, ja, ich lasse dich ausreden. Ich höre dir zu bis zum Ende. Das ist nicht mal leicht, ich weiß. Aber lass Menschen ausreden. Glaube doch nicht, dass du jetzt schon weißt, was die Person wohl gleich sagen wird. Dann denkst du mit deinen Filtern, dein kultureller Filter, dein sozialer Filter, dein Wissensfilter. Du denkst immer, du weißt alles, du weißt gar nichts. Lass andere Menschen ausreden. So, und das Zweite, hatten wir gerade das Zweite, jetzt kommt das Dritte. Lass uns aufpassen. Das Dritte, um respektvoll zu sein, ist aus meiner Sicht ein Punkt. Ich weiß nicht, wie oft du das bei dir im Leben einhalten kannst. Also, du siehst jemand an, du lässt die Person ausreden. Akzeptierst du aber auch, wie die Person ist? Akzeptierst du, dass die Person so ist, wie sie ist? Es wird ganz oft die Person kritisiert. Es wird ganz oft die Person angegangen. Aber ich sage mal, die Person ist unangreifbar. Es ist immer die Sache, um die es geht. Trenne die Person von der Sache. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, kommt aus dem Verhandlungstraining Harvard. Trenne Person und die Sache. Wenn du es schaffst, die Person so okay dastehen zu lassen, wie sie ist, und die Sache komplett auseinanderzunehmen, da kannst du richtig hart sein. Hart in der Sache, weich in der Person. Dann wirst du merken, du wirst sehr viel Respekt entgegenbekommen, weil du sehr viel Respekt gegeben hast. Übrigens, wenn du sagst, wow, das interessiert mich sehr, weißt du hier mit Abonnieren und so. Das kennst du alles, weil dann bist du immer auf dem aktuellen Stand. Schau dir auch unbedingt noch andere Videos an. Du wirst am Ende des Videos hier noch weitere Videos als Vorschlag bekommen. Schau mal rein, was da interessant ist für dich. Und jetzt noch ganz schnell, im Text hast du Online-Training, richtig gut. Schau mal rein, was da für Online-Trainings von mir sind, zum Thema Fragen stellen, präsentieren. Was habe ich denn noch? Wortschatz erweitern. Unbedingt reingucken, damit du besser präsentieren kannst. So, und jetzt sind wir schon wieder am Ende. Hier, guck gerne in die Videos rein. Du hast neue Tipps. Und ich wünsche dir einfach jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit, du kennst es. Bis demnächst, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.